so zweiter teil auf dem pass oder dritter oder vierte ich weiß es nicht auf jeden fall nächster teil und damit hallo und herzlich willkommen auf dem videos channel wir fahren jetzt quasi die ostseite runter richtung sterzing wobei ich glaube dass es hoch hier auf der seite richtig geil ist ohne scheiß ja ich glaube hoch ist hier richtig richtig cool jetzt habe ich mich noch mit so einem netten kawasaki fahrer unterhalten er hat mich jetzt sogar noch einen kaffee eingeladen aber der hat mich ausgelacht weil ich das hier mit einer GSXR fahre das war halt echt lustig das gefällt mir schon besser hier sind übersichtliche kurven so ist mir das wesentlich lieber da kommen die ithacker wieder die was vergessen oder was die bodenwellen immer das ist echt heftig die die es ist der die nicht die die So. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lang die Abfahrt hier so dauert, weil ich scheiß mich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen ein wegen meinem Sprit, also wir haben noch zwei Balkenbiken, also schauen wir mal, aber er sagt halt 53 Kilometer, aber anscheinend dürfte es nicht mehr so weit sein, so dann fahren wir jetzt vorbei. Jetzt ist es sehr waldig hier, oder wie man das sagt. Oh. Oh, er hat sich geschossen und da ist ein Erdinger, Er, Erding. Dankeschön. Boah, ja, da muss teilweise, hier ist der Teer ja mal so schlecht, ich spinnst du, Alter. Boah. 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 also das sind kurven scheiße ganz schön und eine sichte das sind kleine kälbchen was steht da? was zum motorrad? komisch ja hier so was das ist da keine ahnung wie eng das ist so rohmobil das ist ja ganz gut oh ja das ist doch eine zumutung hier die straße oh radlfahrer die geben sich auch mega hart hier fuck alter wie schnell sind die denn ganz vorne ist ein mädel die überholen mich jetzt wahrscheinlich gleich wieder aber wie gesagt ich habe wirklich gemeint es ist schlimmer mit der suzuki spitzkern zu fahren also es geht wirklich ohne probleme weil sie da auch so schön stabil ist also die kippelt nicht oder so das ist nämlich echt toll also merken ja auf dem pass sollte man von dieser seite glaube ich hoch fahren hier hat man wesentlich mehr davon es wird wieder wärmer oh wir haben schon über 15 grad das merkt man richtig wenn es wärmer wird gassteig sagen wir jetzt und das war der jaufenpass meine damen und herren ich bedanke mich fürs zusehen und ja dann sehen wir uns im nächsten teil ich glaube das war auch der letzte pass für heute und dann würde ich sagen servas bis zum nächsten mal auch wieder 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 bis zum nächsten mal auch wieder